. 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 der Schrift zu tun, weil wir das Fingern tun, was die Schutz an uns ist. Und wahrer habe ich mich gewählt, die Schrift, die 3. Mose 20, von 10, 22. Hier ist endlich was das Gezaatz sein hat. Und meine Janker tut das Angst hier verzubringen, was wirklich Gottes Gezaatz was er durch Mose auf dem Wort, was er will haben, was das Leben nicht soll sein. Und was jenem Gezaatz ist. Und dann wollen wir ein klein bisschen betrachten, wo ist das von der Gezaatzleben. Wir fingen in Römer, den go wie derich, und in Römer fingen wir viele falsch von, dass wir alle losloten von dem Gezaatz, und wir alle an der Genot leben. Und von dieser Genot werden wir von der Reden. Und einerlei was ich kann sagen, ist, dass wir diese Dinge in Betracht nehmen an uns leben, als wir an seinem Gezaatz fingen, oder nicht? Und hier sage ich das im Tienda Farge von, wer die Eiche bricht, mit jemandem Weib, der soll das Todessterben. Beide Eichebrecher und Eichebrecherin. Darum, dass er mit seines nächsten Weib die Eiche gebrochen hat. So, hier ist eine klare Erklärung, ewig Eichebrecherin, ja? Und an der Alte Farge, wenn jemand bei seines Vaters weibeschläft, dass er seines Vaters Blöße aufgedeckt hat, die sollen beide des Todes sterben. Ihr Blut sei auf ihnen. Hier sind, direktes sei, was Gott durch Mose gesagt hat, was sind plan wir, oder wo jen sind plan wir, und das Gesatz ist, meist alle Weib, dort führt nun Tod oder der Erste Tod. So, jemand von denken, das ist, was das Gesatz ist. Wenn jemand bei seiner Schwiegertochter schläft, so sollen sie beide des Todes sterben, denn sie haben eine Schande begangen. Ihr Blut sei auf ihnen. Wenn jemand beim Knaben schläft, wie beim Weib, die haben einen Gräuel getan, und sollen beide des Todes sterben, ihr Blut sei auf ihnen. So, hier sind klare Erklärungen, wo wir fingen im Gesatz. Dann sagt, wenn jemand ein Weib nimmt, und ihre Mutter dazu, der hat einen Frevel verwirkt, man soll ihn mit Feuer verbrennen, und sie beide auch, das frevel sei und ruhig. So, das hitt sich schändlich koffer seien, von dem Gesatz, was er gesagt habe. Und weißt du, was, diese schändel die Dinge passieren, an fleischel die Menschen. Das ist, wie wir machen, von der Dach in der Welt. Und ich glaube, jeder von uns würde sagen, so passiert bei uns nicht. Und ich habe gedacht, es passiert bei uns nicht, nicht passieren die Dinge. Weil das braucht wir nicht weiten, aber das ist, was ist, wenn wir zu warnen, wo fängt er an. 15. Wenn jemand beim Vieh liegt, der soll das Tod sterben. Und das Vieh soll man erwürgen. Heute mal, wenn wir mit Feih und unmoralischer Leber, ein geschlechtes Leber, und Sex, ich habe es ein Plotisch reden, Mathe daunenhaft sogar das Feih soll aufgeworfen. Gott hat einen strengen Gesatz und das unmoralische Leben. Wenn ein Weib sich irgendeinem Vieh tut, das sie mit ihm zu schaffen hat, die sollst du töten und das Vieh auch. Des Todes sollen sie sterben, ihr Blut sei auf ihnen. So hat Gott endlich wie kann es sein und schreckelt das Gesatz zu melden, amoralische Leben. Sevent erfahre ich, wenn jemand seine Schwester nimmt, seines Vaters Tochter oder seiner Mutter Tochter und ihre Blüße schaut und sie wieder seine Blüße, das ist eine Blutschande. Sie sollen ausgerattet werden vor den Leuten ihres Volkes, denn er hat seiner Schwester Blüße aufgedeckt, er soll seine Missetat tragen. Ich weiß nicht, wo sei ich das soll ein Plot erklären, dass ich wirklich verstehen kann, aber wir kennen so viel Deutsch glaube ich, dass wir weiten, wann wer mit seiner Sester und dieser Schauen und jetzt oder er beteckt sich da, dann es er all an Stroph. Na der Acht hier erfahrer ich, zur Zeit ihrer Krankheit und entbläist ihre Scham und deckt ihren Brunnen auf und sie entbläist den Brunnen ihres Blüts, die sollen beide aus ihrem Volk ausgerattet werden. Das kommt an Erinnlichkeiten an, was Gott gesagt gemerkt hat, und das ist ein Ding, was gleich wird, wie soll unsere Kinder unsere Jugend lernen, dass die wüsste, wo das wird, wenn sie am Eichestand angehen, was dort kann sein, was das von Fluch kann sein, wenn das gedau wird. Den ent erfahre ich, deine Mutter Schwester Blüße und deines Vaters Schwester Blüße sollst du nicht aufdecken, denn ein solcher hat seine nächste Blitzfreundin aufgedeckt und sie sollen ihre Missetat tragen. So war eine Erklärung. 20. Versch Wenn jemand bei seinen Vaters Brüders weib schläft, der hat eines Ohrheims Blüße aufgedeckt. Sie sollen ihre zinden tragen. Ohne Kinder sollen sie sterben. Sie sind all diese zinden abgenommen. Ich zei in Bibelbuch das leert uns. In das moralische Leben wollen wir nicht sollen. 21. Versch Wenn jemand seinen Brüders weib nimmt, das ist eine schändliche Tat. Sie sollen ohne Kinder sein, darum, dass er seines Brüders Blüße aufgedeckt hat. Hier will ich euch ein bisschen erklären von seines Brüders Blüße. Dort kommt Lothar ein Thema, wo wir in der selten Klaus noch von reden. Hier sind Versch wie wir verstehen können, dort hat ein Fleisch geworden. Wenn man früh verbungen sind, dann ist die früh der Mann seine Blüße. Und wenn ein anderer nimmt, der Tod Verkehrschaft haben, dort wird gesetzt jenes. 22. Versch haltet nun alle meine Satzungen und meine Rechte und tut danach, auf das euch nicht das Land ausspähe, darin ich euch führe, dass ihr darin wohnet. Und wandelt nicht in den Satzungen der Heden, die ich für euch her werde ausstoßen, denn solches alles haben sie getan und ich habe einen Gräuel an ihnen gehabt. Euch aber sage ich, ihr sollt jener Land besitzen, denn ich will euch ein Land zum Erbe geben, darin Milch und Honig fließt. Ich bin der Herr euer Gott, der euch von den Vätern abgesondert hat. But so we lesen. So hier will ich ein best Erklärung machen von was das Gesaat sei in das. Und was von das geändert. Ich will dort auch bringe. Wohne von diese ding wirklich geändert hat von Gesaatstum. Well, wie können es auch noch geändert. Gott sieht Gesaat als Gesaat in das geplant. Aber hier ist eine große genode für das dode Gesaat was Gesaat in das. Men alle diese Dinge sagt wie man die dode merken. Not an die sind worden geplant blieven. Or was am er as was he sei das an sie missetat der wort lebestiet beant sein. So hier fing wir seien ach dit gesaatstum. Und wir an hier ein klein bit zu erklären wort geändert haft von der oschen dag. Ich seien die jane tiet der wort sind ütje rot. Fleischlich kann sein. Natürlich wort das ütje rot. Wort ist von der und anders. Wie fing das klar an dass Jesus erfällt. Wie fing am meist von diesem Ding an Matthäus 5 geschrieben wo er sah in der jane tiet oder die gesatzt hat. Ich lese und du sollst nicht ein brechen von der jeste fahrer sagt. Dann sagt Jesus mit wort er fallen hat. So er sagt wenn wir eine lost an hat haben und anderen zu be jahren haben die jahrelang gebrochen. Das wird klar. Hier ist was er fallen an dieser Sache. Jesus sagt in Matthäus 5 Vers 17 nicht dass ihr seid zu er 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 sein. Das ist was er weiter loht. Wenn hier von dem wer ist wer irgen an diese Ding hat mit von der Gott sagt es, dass wir als Menschen niemals über das eine Fleisch loskommen von dieser Sünde. Wir versägen ihn, aber wir kennen ihn nicht. Und hier sagt es, es ist gekommen, um diese Sätze zu erfüllen, dass wir wirklich keine und genotenlos werden von dieser Sünde. Ich lege, um die jungen Menschen zu sein, dass von denen es die genoten ist, wenn sie fingen, dass sie irgendwo an dieser Sätze schuldig sind, und ich lege die Wort. Ich stelle mir so viel, wenn es auch geht, und ich auch noch. Aber du hast diese genoten, dass wir keine durch diese Erfüllung von dieser Sätze. Tja, wie durch diese Genode loskommen davon. Woran? Wenn es Jesus hat, das erfüllt, was müssen wir tun? Diese Erfüllung bringt uns diese Genode von der Erhardung von der Recht. Was von der Recht? Wir fangen hier, jeder Verrsch, die würden wir dood machen, die würden wir utroden, die würden wir alle anderen Dinge tun. Das ist, was Gott in dieser Sätze wäre. Und nun hat Jesus diese Sätze erfüllt mit einer Genode. Und wir fingen in Johannes 3, Vers 19, dort fingen wir, dass ihr seid für diese Genode. Da sagt ihr, dass ihr Recht, wir können sagen, dass ihr Recht für diese Dut, was hier steht, für all diese Sünde, dort hat Jesus erfüllt mit das Licht. Was von Licht? Weil es sagt in Johannes 3, Vers 19, was ich will sehen, dass ihr Recht, Opa, als das Jesus hat das Licht in diese Welt gebracht. So, das ist ihr Recht, vor das ihr Sätze, wie Gott sagt, ihr müsst die Dut gemerkt werden, für diese Sinn. Nun, als ihr Recht habt, wenn wir um Licht kommen, wir an diese Sinn, dann sind wir unter die Genode. Und das ist wichtig, dass wir diese Klasse verstehen können. Und hier wird gleich ein Erklärung über unser Leben, wie wir an Banner waren, wann wir an Hörerie gelebt oder wir an ein Sam von dieser Liste gelebt, wo wir im Feu gelebt, oder irgend das war, dass wir frei werden können. Und das ist das, was wir können sagen, weil wir nicht durven und das, wo soll ich sagen, und das Schreckelje dodesurdeil bleiben, als diese Gelegenheit dass wir können um Licht kommen, aber unsere Sachen dort abklaren. Und das, was ich in der ersten Sätze von dieser Klasse ist, dass wir wirklich an das Herz sehen, wie sind und sind geboren. Und als die Last in mein Herz wird das verurzaken, wird das. Ich sage mal, bloß abhören, mit Hörerie drüben, oder bloß abhören, mit Gedanken, und das reicht nicht gut. Wir brauchen die Chance, dass ein an das Herz ist, als Lust. Dort ist, wo durch das überdelkommend hat. Dort ist, wo das Werke des Fleisches überdelkommend hat. Und hier hat Gott diese Genode gebracht, dass wenn jemand an das Herz um Licht kommen, ein Tauschstuhl und sie eine Lust. Und sie in diese teuflische Macht angekneckt, wo durch diese Dinge gedauert haben. Und hier ist eine Genode, das um Licht kommen und das abklaren. Und ich will jeder Einem te roden, wer diese Klaas hier in hat, dass sie wirklich um Licht kommen, als sie befried sind oder nicht. Wenn sie deilhaftig sind, an diese Fleischel wird, woordje. Dann dass wir das erkennen, dass es ihm hat. Das kann ein Hochmüt sein. Das kann ein Weitag sein. Und dass wir diese Dinge um die Riedsdruck in Laisung setzen für das. Dann können wir loskommen davon. Wir haben es gemerkt, Menschen, die wirklich in Zünderleben hier lebt haben, die bekehren sich und werden diese Last los. Dann passieren die Dinge nicht mehr. Aber wir haben auch beleid, mit so einem Menschen wird diese Last nicht los. Das waren die Herren bloß ab, mit so einem Fleischel gewohnt. Und dass jetzt noch ein paar Frieke gerade so wieder fehlen, von uns jungen Menschen, dachten, und ich wie einer von euch, dass diese Last weggekommen wird, wenn ich eine Frau habe. Und das geht nicht. Wie denken so fleischlich, ja, meine Last hat eigentlich, nach all der Hand, und ich habe alles, wenn ich eine Frau habe, dann wird sie dort immer sein. Und weißt du, dass ich die Teufel schon aufgeregt, so wieder mit der Last. Wir brauchen diese Last zu erkennen, und ans Wort, dass das ist, was uns dreivendet. Also, das Döde ist ihr Recht, von dem ihr seid, hat Jesus erfüllt. Das ist eine Genade, wie wir schon einmal leben können. Und wir finden auch, dass das neue Bund, was Gott gebracht hat, dass wir wirklich können loskommen, von Sinn, als das Haus, selbst, und ans Wort wohnen will. Und das ist, was wir brauchen. Und das hat er erfüllt, das ist das Licht. Wenn du von dir und wirklich die Wahrheit da hast, so wie der 21. Vers sagt, in Johannes 3, da sagt es, wenn du die Wahrheit da hast, dann kämpfst du um Licht, um, dass deine Worte oben bohren. Ich weiß, dass Menschen schämen, besonders in das unmoralische Ding. Wenn ich so um Licht komme, für das Ding, was ich in meinen Jahren gedauert habe, dann schäme ich mich. Und wir finden das so klar, dass das Schämen, als das Fleischschul, was er da hat. Und das ist, was Adam und Eifer doden. Wir finden in der Mose auch geschrieben, dass Adam und Eifer, die würden nirkt dich, ob er sich schämen, das ist nicht. Dann sage ich, wenn das Baum geht, aber dann schämen sie sich. Und das ist, was uns Fleischschul, die teufelische Macht, und uns das, das mag uns schämen, was wir hier tun haben. Und dann ist eine Krippe, das ist in Vers 9, und sage ich wieder, dass der Fleischschul, der Mensch, der Leib am Diestre sein will. Und dann müssen wir erkennen, dass der Fleischschul, der Mensch, wenn wir überleuern, was sich nicht schämen, um dieses Ding über die Welt zu bringen, dann muss er gestrückt sein. Solange das Fleisch lebt, wird sich das schämen. Das ist, am Garten hat angefangen, das blöde es dort. Wenn du wirklich deine Worte offenbar bringen, und du bringst dir nur Gott, da ist, wo die Leisung in Heilung kriegt, und wenn ich sage, wenn du nicht bloß diese Worte über die Welt bringen, geh am Licht stehen, und was fand, das Licht wird Gott gebracht haben. Mach die Worte auf zu Gott, und sage, ich verlorne Zinder, her Lust. Das ist, warum das das hat. Und du als Heilung für diese Lust, durch den Glauben an Jesus Christus. Und das, was wir am Anfang hatten, das Wort hat eine Kroof. Gott sieht Wort, wenn wir das anwanden und answort, das hat eine Kroof. Das ist, wo wir gerne ever finden. Nächste Goven und Teima von Mohnenfrüh war ein Fleisch. Erste Mose 2, 23, bei 25, da sagt es, wie war ein Fleisch von Wort. Gott nahm Fleisch von Adam, oder er nahm eine Reibkauf von Adam, und dadurch, dass er die Frühmüge von dem Mohn, dadurch wurde es ein Fleisch. Wir haben einmal noch erste Mose 2, 23 geblieben. Da sprach der Mensch, das ist doch Mohn von Mohnenbein, und Fleisch von Mohnenfleisch. Man wird sie Mann inheißen, darum, dass sie von Mannen genommen wird. Check einmal, was Gott geplant hat, für uns Menschheit. Er hat die erste Frühmüge, wo er melkend hat, Mohnküge von Adam sind Fleisch. Und hier hat es ein dupe Anhalt von ein Fleisch war. Und die nächste Frage sage ich darum, wird ein Mann, Vater und Mutter verlassen, und an seinem Weibe hangen, und sie werden sein ein Fleisch. So, wir fingen nicht von dem an, dass unbedingt das Früh, was ich mich befriedet habe, und meine Reibkampf, aber die Anhalt von dem As, das meine Frühkampf, von einem Mohnsmensch, und einem Frühmensch. So, das ist beides taub. Und von dem, ich Mama und Papa verlassen, und mit meiner Früh ein Fleisch war, auch ich soll sagen, sei auch er aller verlassen, dass damit war wie ein Fleisch. Und wenn wir hier dichterbie betrachten, das ist ganz krank, das Geschlechtsleben wird uns eingemeldet. Wir fingen in anderen Versch, wo das sagt, wer an der Hure hanget, wird ein Fleisch mit ihr. So, und das Sexleben ist eine besondere Meinung, die verursacht, dass man und Früh ein Fleisch war. Wir fingen in meinen Versch, das habe ich hier nicht abgeschrieben, aber das Anhalt von der Jungfrau schafft. Wenn die hier die Jungfrau schafft, sich übergehebe das einen Mohn, damit wird sie ein Fleisch mit dem Mohn. So, das war ein Fleisch, von wo? Von Mama und Papa verloten. Matthäus nehmt hier und verschwiegt und saß, da sagt er, der ich Mama und Papa verlote und auch in der Früh auch in Backe kommen sollen, damit war wie ein Fleisch. Und dann sagt er, da saß der Versch, und was Gott taubt gebracht hat, soll der Mensch nicht scheiden. So, hier ist eine diepe Meinung von das ein Fleisch war. Und dort, Jan, hat mir ein kleines Bäschen auf das Bild geholt, und bei Markus 10, Vers 7 und 12, sagt er, das meiste ist alles gewesen. Da fingen wir das Waren. Ein Faiserviefer ist einendartig und zweiendartig, da sagt er, von das ein Fleisch war. Und hier in zweiendartig, der Versch sagt, das Geheimnis ist geraut. So, hier ist eine diepe Geheimnis, und da sagt er, gibt es von Christus in der Gemeinde, wenn sie auf das das Beispiel gebrückt. Und hier bin ich, wie das Geheimnis so geraut, merken, dass wir wollen, ja? Ihr da, wie sich in den, wo wir jästlich verbunden waren mit Christus, dass wir besser verstehen, wo wir seilisch verbunden waren am Morgen und Früh. Und das ist ein Ding, wo das junge Menschen will sein, wo andere Menschen will sein, wer das nicht erkennen kann, sich in den, durch diese wunderbare Wege, wo Gott gemerkt hat, von uns aus Eichelieden. Weil wir uns das sehen, hier habe ich ein Bild, wie ich das ein bisschen wieder erklären will, hier sind doch gerade, dass es dreifache verschieden hätte, was wir an uns Menschen fingen tun. Erstens, was viel passierender ist, morgen und früh, jungen und jahrel, kann ich sagen, die fingen sich natürlich taub. Ich sage mir einmal schon, dass sie bloß natürlich sich taub finden, aber ich sage, Gott, dass sie tun. Wenn es Gott hat, uns schärfer sei, wird voll gemerkt. Und das natürlich taubfingen, erst endlich uns natürlich schärfer, was den driefhaft noch jenseitig geschlägt. Und jungen, die kriegt sein geschlägt, so viel, sein Sex, so viel, dass sie verstehen können, kriegt sie dort wo zwischen acht bei twaalf johr. Und so hat mich alles. Das hat Gott geplant, und weißt , dass es nicht in den Sinn ist. Das ist bloß natürlich, was uns schärfer beleven kann, und das ist ein Ding, was viele von uns menschen nicht weite. Viele von uns hat das niemals erklärt. Dort wird bloß immer so und posa, 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 ja, sie schmack. Und ich will Ihnen sagen, das ist ein weertvolles Ding, was Gott uns gegevt hat, und weißt du, das ist so weertvoll, um das mess zu bringen. Ich brücke das Beispiel manchmal von in geschenk, in Weihnachts geschenk, ja, in Weihnachts geschenk, wenn wir da rüden machen, dann und die und wir tunen. Das brücke ich zu erklären, die jongens von Weihnachts geschenk, die für jün und jün jung. Was du jemand hat Weihnachts geschenk, das schiept die ein paar oder ein an Weihnacht papier, ja, das soll schmack loten, und das soll fein blieven, und das ist weertvoll, und das ist das viel, und wat Weihnachts geschenkt hat, do ihr dort all fair Weihnachten eigentlich und an anderen betrachten, betrachten? No, dort los die auf dem Schelf liegen, bei der Weihnacht ist, und das ist, was Gott geplant hat für uns. Das sagt viel, was er uns geplant hat, in die jungen jahren, hat er rei gemerkt in euer leben. Das ist natürlich, so hat er den plan. Und er hat ein besonderer Wirt gefunden, dort, dort wirklich erst dem morgen früh soll in top kommen, und sein plan, sagt er sagt, die können sich befrieren, mit wem sie will, solange es dem harn passieren hat. Und das dem harn passieren verstehe ich, so mein an, natürlich war ich so, was geplant hat. Und das wird nicht mess geplant. Und ich sage mal, ich habe nicht die jahre so, so würde sei 20 jahre, so sei 18, so sei weinst nicht und jahre saßt hier. Das ist mir nicht so wichtig, die jahres soll ist. Einen denk ist mir wichtig, dass jemand das viel am gau hat, dass die dort ab so weich geplant habt. So das hat uns natürlich gejagt. Das ist was hier natürlich passiert. Weit ihr was? Ich habe so ganz natürlich gemerkt, dass man das frühe schmack sind. Das ist so natürlich, ihr denkt, das scheine schmack. Woran? Wenn es gott hat die karakt er gemerkt. Und das ist ein wehtvoller dink ist scheine Sinn. Das ist natürlich. Das ist natürlich die Dinge die in betracht kommt was Gott gemerkt hat. Die hat die frühe gemerkt das den verlangt um in Liebes Schutz zu sein. Und ich kann erklären, viele jungen in Männer weiten das goch. Männer haben es gemerkt den verlangt Sex noch früh ist. Dort verlangt Gott ein Engel und das ist nicht Sinn. Wer nicht versteht, dass das Sinn ist, aber wir können das Mess brücken. Wenn die teuflische Macht dann bringt die ins Fuß. Und dort wird das sin brukt. Dort werden es wie wir gebungen worden von die teuflische Macht die sind vor zum Diestre. Hier ist wie das in Betrag kommt von Licht. Das Licht gebracht als die recht in dem dode so deil. Und wenn wir nicht im Licht sind und diese ding doden, wo diese teuflische Macht das wirkt das ware to dode. Dann fall wie ware an die saats nemmt. Und das kost die feilen an die hord. Gott ist schrapp as ein zweis niet Und da hat uns erfüllt dass wir nicht brücken dass es dort ankommt. Das ist ein natürlich gepost. Wir fing in andere Farge wo das heißt wie man selber unser früh lebe mit Vernunft und wie sein Verständnis hat Gott der Schwach gemerkt dass uns arm dort unsere gebeten nicht verhängt worden. So diese Vernunft die wird fehlsteht nicht gebrückt das wo das unmoralische Leben ankommt und wo Menschen in Eugleck ankommt und das wirkt so ist der Teufel wirkt und dadurch wirkt das dort und das lebe wirkt dort Gott hat geplant dass natürlich soll das ein wertvoller Ding sein Aber der Teufel kommt damit sich in der Last bin versich uns zu verdorben und dann fangen wir uns an zu schämen wir fangen uns an Eugleck zu Feilen Maun in Früh war ein Fleisch der ich verbungen hat das ein Fleisch meint natürlich und das nächste Ding wir denken an Seilisch ich sage wir haben ein bisschen Heche an so Mot heben dass wir wirklich nach Seilisch war was Gott geplant hat für uns und das euer Leben und dass das Sex Sex leben ein wertvoller Ding blieft wenn wir wollen das Sex leben das Gott geplant hat natürlich von sich her dann ist er allein hat wie Seilisch verbungen sein so aber dann wir ans Leben heche heben als bloß fleischlich denken das Fleisch ist von zwei fleisch das eine ist schär natürlich das andere ist fleischlich was gebungen ist von dem Teufel was ich in Anfangsklaus erklärende dass wenn wir fleischlich sind dann denkt wir fleischlich und du hast keinen Fall noch und du hast wo die Teufel seine Macht hat und uns das verdorben hat so Seilisch hat Gott auch geplant dass sich erst seien hat er hat uns den Leben in Seil den Leben in Orem gegevt und damit sind wie Seil und diese seilische Verbindnis zwischen I he leid die we beleven und weißt du das ist das Po was ich mit dem Himmel reklicken hier bern es ein deep geheimnis was ich will sein wenn die waren anfangen in a life zu treten und an das Gott sein plan wenn du einmal feils so das eine Person me alles und du mal ein jung fängt und dein heart verlangt nach dem das nicht sein well und so auch für jund jung es want jund hat einmal verlangt noch im jahle am hart und du hast den ganz hart everig für die verlangt wenn du das hart bloß für die hat sein plan hier an dit poort das wo das zeilische verbindnis passieren kann hier is wo Jiesel jund tjane leeren und das was ich trot ge so viele menschen die natürlich jane leert die sind lot am eilig aber die was ich wirklich seilisch hat jane leert dort sind die wot ein jesehn das lebe jane haben so dit weenachsgeschenk wenn die wot natürlich denken dann verlangt jund das weenachsgeschenk up te packen ein paar monat ver weenachten und wenn die die wellen lot dann wird jund das weenachsgeschenk verdorben sehnen ab weenachte und weit jund jat jat kraak so wieder das verbrückt du hast nicht die weht bahn erstens das denk es nicht wird nächstens j und j an und da kann ich nicht seilisch verbringen warum nicht wenn es das semester erwacht und das kann ich nicht sagen was wir erlebt haben mit seils so viel man an früß haben wir erlebt dass die früß die dann sei mir ja wie dann jank mir das weenacht geschenkt zu schauen in bad weenachten aber die jungen die will haben ich will mal pack ein bisschen in chicken das wo er anfängt und da hat die teufel eine Macht und das diest der leben da passiert wird ein und früh mensch wo die er vertruhende und mensch wach hat die verlangten und beschützende leif und man wo unja sei kann beschütz sein wo sie sie kann ganz er hat ja und schäden und hier schlittert tot wenn sie sind mestruisch und ob mestruische leben geht näher meine leben dort geht nicht ab von top getraut worden dort fährt bloß wieder das was wir so viel fingen da wenn es mir wichtig dass wir los lot tun das sagt viel was gott uns gejevt hat von weht volle thing todet befriede leben werden dort liegen lot eie pack lot und dann werden zuilisch channelieren wat meint zuilisch channelieren duib am hoort wenn die anfangen zu spetsieren du tun am hoort channelieren verroch junt einander wo feilst du an den hoort wo jät die dort eva dat leben zwischen die Christus wo feilst du deine älger in eva wat da ist du wenn du die versindigt hast wat hast du von waag dat du schuld gefehl los worden dit hat all diese seilische ding dat hat noch nicht mit jäsel getan wenn es jeder mensch aus den christus nicht die schuld gefehl nur das gesatz hast du kund din lewe in rein holen van wie ons bevrien wel hast du din wat je gans ver me oder hast du dat noch noteren oder hast du dat noch jungen oder noch my jales ich se immer wenn jungen my vrou wohn in jales all ich hiel lang vroeg mich ein ich hat 2 jales wo wohnen von got is oh als dat got zin wel dat hy ons lewe geven en 2 jales dan is het echt ja nicht van got wel ek wel am nicht gerecht in dat ik lewe zue go tot die vrouw kom but die klare got fjert nich na lewe to 2 personen sin plo is dat ein maun an eine frühe so wun dat do on connect en dat weet wie dat fjert wat seilische to do ne en weet jas seilische ding san wat got geplo hat van se in lewe dat wie glack lich kan san vare sag got sin gno des grot dat nächste ding as jeslich dan red van se dat jeslich verbongen worden wie fing dat in 1. Korinther Kapitel alf do fing wie dat de frühe de man soll unjadun san en wau de man christus soll unjadun san en christus is unjadun sodass ne ched chave sein wat geplont haft va dat lewe hier beid oba do sa jeslich as de frühe unja god so dat is ne jemeinschaf wat ne haft dat is wat jeder en per sein seelische lewe met connected dat wat dat wat we ees had van onze werke des fleisches loslaten en ware geboren worden dat we jemeinschaf ha met god en wang wie die staub is genomen ha dan sa ik am dan kan ek meine frühe jeslich leiben en jedala ek meine frühe jeslich leiben jedala waar we deze seelische ding beleben chan do as we des weet an komend dat we wirklich no god sin willen zijn ees ins natuurlijk dweidens seelisch en dredens jeslich dit jeslige poort dat is so wonderful we can all ons naturel jett nemen met connection melken met god en hier sind zoveel wunderbare we do jeslige jeslich verbinden met dem partner wie je alle zijn wo je alle lewe stiet met op zijn en maak deze connection en ik zei van dewen kon ik geen wacht beter mijn vrouw leven als wanneer ik de luie wat ik kan op god check en dan hij mijn vrouw heeft dus hoe leven is dat is een filter weet je wat dan je het bloos de rechte leven en dat is wat we kunnen doen met deze zeilische verbindnis jes dit en we die zeilische verbindnis had wat passiert dan waar we dat zeilische in jes dat zo toop verbunden zo dicht toop is dat Matthäus 10 vers 7 vers 12 daar redet al grots van hier zijn die zelfs gewid wat we in Matthäus 19 fingen en dit geheimnis is groot van Christus in de gemeinde van wij Pfizer 5 nemen dan wo dat van Christus in deze gemeinde abgeschreven has do z'n 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 Und durch was kann ich dort leben? Durch mein Leben geben für meinen Partner. Und das ist eine säulische Verbindnis, was wir tun können. Und ich sage, ein Junge, ich will dort sein, wenn die denken und sie befrieden. Und ich will dort sein, wenn die sind befrieden. Und wenn die wirklich diese säulische Verbindnis nicht erfuhren, dann wird das Leben geben für ihren Partner. Was meint das? Dort mal aufmerken, ihr hört und sagt, wer ihr sind. Gästlich und säulisch. Sagt mal, wo ihr fühlt. Sagt mal, was ihr verlangt. Sagt mal, was ihr Ziel ist. Dort ist, was das passiert. Ihr lebt ihr Leben. Ich sage manchmal, wenn euer Lied zwei Jahre nicht befrieden, so viel Leben hat als fern befrieden, dann wird das fein schaffen. Aber dann meine ich, so ist das lotendet. Sehr viel her fern befrieden. Die Mutter sich küssen und gaut sein in der Weitwad, oder ihr schenke eben ohne Mut. Aber das scheint eine connexion seilisch. Bloß natürlich. Das ist, was dir passiert ist. Und wenn diese connexion seilisch nicht ist, dann ist das natürlich, sie haust dich durch. Ich sage manchmal, Junges, wenn die weile weite, wo jene mir alles ist, dann geht die mal zum Fenster, dann schicke, wenn sie abwascht mit Mama top. Da ist wie ich eine Anwahr, wo ihr mögen, wer sie wirklich sind. So jene mir alles. Fink dir mal ut, wo die Junges grunzen, wenn sie noch ein bisschen geschickt worden, vom Vorder. Dort ist wie ich eine Anwahr, wer sie sind. Nicht, wann ihr Sünderschen und Jönchampen bringt, jemand ein Geschenk. Dann weite ich nicht, was er ist. Dann ist das eine Ütel der Leih, was da passiert ist. Das ist neidisch, dass wir das Ecken tun. Und hier denke ich an das Familienschutz. Das wirkliche, moralische Familienschutz, entsteht von säilisch verbungen sein. Natürlich auf diese Eid. Wenn die säilisch verbungen sind. Was meint das, dass sie säilisch verbungen sind? Da werden wir noch mit meiner Thäume aus Charlotter. Leih deine Frühe, so ist die Säils, sagt er in 28. Verschen wieder. Leih deine Säils, und wenn du die Säils leihst, dann leihst du deine Frühe. So, wenn du wirklich weißt, dass das seilische Verbindnis haben, was du erst einmal Säils mit dir klar haben mögen, wo du bist, und dann kannst du anfangen, wieder zu reden. Solange du bloß fleischlich kriegst, ich seh das letzte Mal, dass am Anfang checkt das nur Schmack in mir alles. Und ich passt da nicht ab, was meine Frühe wird sagen, wenn ich das hier seh. Aber weißt du was, meine Frühe sagt, Junge nicht sehr Schmack. Aber wenn sie wirklich von heute leben da sind, dann sagt mir alles Schmack an ihr. So wie immer der, was sollt das Junge. Und so sagt immer, sie hat sich auch aufgeschnitten, ohne dass sie hat wollt. Weil sie sagt, ich hab gleich wie alle nicht. Nicht so. Er kriegt nur eine Schmack. Aber dann sieht man, als ihr hört ihr stehen, dann bakt er top. Und dann will ich mich das ganz neben sagen, wo die hohe werden. Und das ist, wo ich von reden do. Dass wir wirklich ein hörtje sehen können, dann steht bloß ein Schmack an Charpa. Wenn die wollen bloß ein Schmack an Charpa trainen, dann woi ihr auch mal ein Schmack an Charpa trainen. Dann find ich nicht ein hört. Wenn die wollen hart sehen, dann woi ihr ein hörtje sehen, dann woi ihr ein hörtje sehen. Und dann woi ich Harpa, der Bähne ist ein hörtje. Ich weiß, die Jahre Zeit als Junges, dann sehen wir manchmal, ja, von bitte, oi, oi, oi. Aber von Bähne, fui, fui. Das ist, was wir manchmal sagen. Wie checkt ihr nur dort, was der Bähne wäre. Da soll das, oi, oi, oi sein. Und von Bütte, wie ein Dump, wann das fui, fui wäre. So, das ist eine einfache Sache, wo wir prüfen können. Wohnt es wird voll, und wohnt es nicht. Wohnt es seilisch verbungen, und wohnt es nicht. Weit ihr was? Wir sind Glieder. Wir kommen von einem Knirken, und von einem Bietfleisch. Wir sind alle von jedem Morgen Charpa. Aber dann ist das seilische Port, wo wir wirklich keine Connection haben, was wir gemerkt haben. In diesem Geheimnis ist wahrer Grund, Mama und Papa verlohten. Das ist ein anderes Problem, was wir viel finden, man kann uns Menschen, dass wir nicht Mama und Papa verlohten. Und warum wir dort nicht da wären, wenn wir nicht seilisch verbunden wären. So ein Lied wird sich schärperlich bloß befrieden von Bütten, die verlohten nicht Mama und Papa. So eine Mial, wo er sich an einen Mastruher befrieden, der nicht den Mann kann vertrauen, dass er wirklich srein ist, käusch ist, dort ist eine Frau, die hält sich und Mama schalldug zu machen. Und die hat sich befrieden und packt mit einer Hand nach ihren Mamen an, und fängt aus, was wir tun haben mit den neuen Mann. Und wenn er immer doll wird, an der Hand trägt die Mamen, und hält sich an dort. Und das ist, wo die Eier gesagt hat, er hat nicht in die Eier gewacht. Das ist nicht verbunden seilisch. Aber das wird wir sehr viel machen tun. Wir denken an, dass wir ein Fleisch waren. So ist Christus in der Gemeinde. Hier werden wir das seltsche Beispiel machen, was wir anfangs in dieser Klasse hatten, von, wir wollten erst Mamen und Papen verlaten, eier, wir können in ihr Heim anfangen. Wenn wir die Fastholen in ihr Heim anfangen, dann sind wir im Eierbruch, zu sagen. Dann sind wir nicht verbunden. Das ist ein wichtiges Ding, dass wir ein Fleisch waren. Wenn du von Hort in der Leib hast, to eine Person, dann weißt du, das ist von Gott. Das ist ein Junge, der mich mal freut, und den, mit wem er sich befreuen soll. Er sagt, er hat so viel Gott gebracht, er soll ihm mal wiesen, wo er mich alle will. Und ein anderer Junge, der fragt, er sagt, er sagt, ich weiß nicht, wo kann ich weiß, dass ich Gottes will. Er will mich nicht mit dir befreuen, wenn ich Gottes will. Er sagt, er hat alle Jahre gebeten, die Brache, und dann fragt er mich, wo kann ich das weiten? Oh, ich fragt, wirst du dann weiten, wenn du spät in den Brache als Garten, wenn er so mal eine Wolke darauf plumpst, dann wirst du weiter, was er will. Ja, da war ich gleich, damit wüsste ich, dass wir Gottes will. Ich zei, Gott kann ihm danken. Gott sagt, die kost ihm, die befreuen, was er will, solange sie in den Wellen ist. Aber klar, dass du in den Wellen bist. Das andere denkt, noch in ein Leben, die Prieven kost, als das wirklich, Gott seine Wellen ist, wenn du bloß denkst, hey, wirst du an mich alle, bei mir bepaßt, wirst du nicht gut genug, wirst du rennlich genug sein, wirst du nicht soja genug kriegen. Dann wirst du bloß, um die wekkel, da mal anderen wirst denken, sie ist gut genug für die Person. Wo ich BRB passen, wo ich mag das Ding loslassen, oh ja, ältere mag es loslassen, das ist eigentlich klar. Aber, dass du den, was denkend bist, war er das Beispiel von Christus in der Gemeinde? Wer wird das beruhig in einen Partner sehen? Wofür würde uns Christus halten, wenn er nicht sein Leben hat, je für uns? Wir fangen in anderen Versen, wenn Christus noch auf die Erde wäre, dann wäre er nicht an der Erde. Er ist dadurch an der Erde, wenn es heißt, losgeloten von dieser Erde. Und das ist, was wir brauchen, sind wir losgeloten. Christus in der Gemeinde ist ein sehr feines Beispiel. Der Mann ist Christus und der Früh ist die Gemeinde. Wer wird das Beispiel, das Geheimnis brauchen und das Leben. Und wenn wir wirklich los sind von Last, von Hochmut, von all die Trubbels, da ist, wo wir kennen, eine gleiche Eier haben. Der Früh ist Person, ist, so gemerkt, der Segen und Schutz von Leid. Die Bibel sagt nicht ohne Ursache, dass wir Männer sollen der Früh ist leben. Und hier können wir noch sagen, nicht unbedingt bloß befrieden werden. Wir als Männer sollen zu allen Momenten, zu allen Früh ist, ein Schutz der Liebe haben. Ob wir besonders seilisch verbunden sind mit einer Früh. Ob wir das Schutz viel sollen wir alle drehen, und wir denken, wenn wir an sich können. Wir sind alle so, wenn wir eine Früh Trubbel haben, auf dem Heiwe, dann direkt, dass ich stilholen und helfen. Wenn ein Mann ist, das ist okay, das wird sich weiten. Und das ist recht. Wir können ein Mann auch helfen. Und wenn ein Besondert, je viel habe ich für eine Frühperson, dass die wirklich was helft werden. Und das Schutz, die soll wie Osmanen klar haben, dass es auch ein Ding, was Gott uns gegebt hat, und dass wir wirklich das anwenden, und alle Dinge. Und weißt du, Junges, wenn die wirklich wollen, Gott sind, wollen, und in den Mial finden, wird die gleiche die Liebe sein, dann wirst du dich an Sexport beschützen. Du bist ein Schutz für dich. Sie können sich auch verlaten, wenn sie bei dir in den Arm sind, dann ist sie sicher. Und sie weiß dort, dort viel wie befreit sind, was du auch nicht antasten. Sexuell. Wenn es dort half Gott geplant, dann werden sie befreit sein. Und wenn sie wirklich in Schutz sind, der erste Schutz wird, sie wird feilen, es dort. und ich sage manchmal, Junges, wenn die wollen anfangen zu spazieren, dann wird ich das erste Mal fort sein, weißt du was, ich würde gleich mit die zu spazieren, aber einerlei würde ich gleich mit die klar tun machen. Wir wollen an den sechs Dingen nichts zu tun haben. Ich will darüber sein, ich wünsche dir mich auch. Halt mich damit. Wenn du eine Person die Lust hast, ich sage, der Teufel ist schrecklich, häng er an, nach dem eigenen Leben verbrechen. Die verzichten Menschen da nicht zu ziehen. Wenn ich das erste Mal mit Spazieren klar mache, dieses Ding, dieses Weihnachtsgeschenk, das lassen wir auf die Schelf liegen, was wir befreit sind. Wir wollen alles andere Dinge, weil ich weiß, wer du bist. Ich will dich lernen. Und das ist meine Frau, wie ich sie, dass wir diese Dinge klar haben. Seilig, natürlich, all diese Dinge. Erste Kinder, 7, 3. Jaff deine Schuldige Freundschaft zu die Früh. Vierter Versch. Wenn es, ich sie mich nicht macht, sondern die Früh. Und das ist, das Sexleben zu betrachten. Wenn die jungen Mial nicht klar hätte, habe ich über das Sexleben, und sie dort wollen, zu sie zu tun, was sie befrieden sind, die wollen es sie nicht macht. Wenn die Mial haben wir proben, dass eine schrecklich große Macht wird die Teufel haben. Aber wenn die Mial haben wir beschützen, dass eine große Macht wird die Mial haben. Und die Jungen haben sie getreten. wenn die Mial werden, wenn die Mial werden, wenn die Mial wenn die Mial Sex verlangt, wenn die Mial haben, wenn die Mial haben, wenn die Mial sind, wenn die Mial die Mial haben. Die Mial will alles tun, was sie haben. wenn die Mial haben, wenn die Mial das ist wichtig, das sagt die Bibel klar, so ist sie doch nun befrieden. Diese Verbindnis kriegt so. Die Mäu sind nicht mächtig, sondern die Frau so haben sie getreten. Das ist ein wertvolles Ding, was verbunden ist. Und dort ist, was wir können leben, dort lecken sich mit Christus in der Gemeinde. Was Gott taubt, soll die Menschen nicht schäden. Wenn wir uns in den Eintragen daunen, dann wird das Satan anspringen. Das heißt, wenn das wirklich am Sehen passieren kann, dann soll die nicht in den Eintragen. Das wird taubt. Das ist ein schönes Leben. Wir machen das immer und immer und immer. Die gehen auf ein Glück taubt, und befreien sich in hopen, da wird eine Schein gehen. Und da ist es alle zwei. Waren, will ich Ihnen Gottes genut vertellen. Wann das ist, du hast eine Lösung. Wann Jesus sagt, kommt um Licht mit das. Gott, das ist das recht. Wann du nicht klar, ich will mein Leben aufklagen, und von hier will ich sein. Seilische Gemeinschaft haben, aber wir befrieden sind. Gott wird ein großer Sein haben. Christus selbst gibt seine Brot. Gib dir selber für deine Frau wie Christus, und liebe ihr in allen deinen Taten. Habe ein Herz für deine Frau. Möcht du klar, wenn du befried bist, von von dem an, seilisch verbungen zu sein. Möcht dein hart für dich und alle Dinge. Du hast wie eine Familie schützt. Natürlich ist die Frau die drei Seben. Wohnt bei jene Frühjahrs mit Vernunft und ihr habt ein Verständnis, dass sie sind, aber die Gebete nicht verhängt. Hier sind diese drei Dinge, natürlich, seilisch und jesslich. Da haben wir gebeten. Gott hat das connection zu tun. Wenn wir nicht sind, wir sind nicht seilisch verbunden. und dann waren sie und ich sage manchmal, die Menschen, was sie nicht haben, was sie nicht haben. hat, dass sie nicht wollen. Jeesslich mit ein Feiservief saßen sind, wenn du sie beschädigt in jungen Jahren, du wirst mit dieser Genote, dass sie wirklich seilig werden. Und dass sie diese Gemeinschaft haben. das ist Gottes ist alles, was sie getan haben. Das ist ein große Thema, wo wir alle können abwarten, wenn wir sind, wenn wir sind, wenn wir nicht länger bleiben. Wir können diese Seilische Verbindnis kriegen durch das Wort Gottes, und wir wollen die Gemeinschaft haben. 27. Er selbst macht seine Brüder dort die ganz heilig ist und das ist was Gott geplant hat, was du und ich hier auf diese Welt beleben, was im Himmel liegt. Und das ist das die Teufel gleicht um zu drehen. und in die Haft befehl steht, dass ein schrecklich Leben ist. Ich weiß, ich weiß, ich kann los sein und nie befehl wie mit das ist. Sie sind mit dem Mann das China leif. Viele sagen, wenn ich bloß mal leif kriege. ich meine, Charps leif, den verlangten Charps leif, sind wie Menschen nicht klicken als man in Charps, weil wir klar machen, dass wir wirklich seilisch verbunden sind. Ich weiß, das andere, wann früh so ein Schutz richt vor dem Mann, dann verlangt die Frau um zu sein. Dann sagt hier, also auch die Frau stellt ihn sein Haar. Aber wenn das nicht ein Haar ist, das ist das Leben handelt. Dann verlangt die Frau um zu sein. und ich sage, wenn ihr leid 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 hat so ein fern und das ist klar. Und wenn der Mann hat sein Schutz ein Fleisch und so ein von euch leid verbunden aus ein Fleisch ist moralisch beschätzt. das ist das mit leid leid an leid